Heu! Okay, ich glaube, ich kann jetzt ein ganzes Wort geben. Es war vor vielen vielen Jahren, da saßen wir bei einer Party, der Supporter ist einfach Rupf, der kann sein gegen uns wurde. Ist wieder ein Spielernahme. Um den geht's jetzt. Ich verlesse das Heimler. Einer, der lande unserer Kapitän war, ein würdiger Kapitän und einer, der immer 110% gegeben war. Und hier geht es mir jetzt. Ich sage mal, dieser Kapitän hat mir ausgedacht. Das ist die zweite Hälfte dabei. Ich bleibe raus. David! 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 Applaus 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 Danke nochmal für alles. Ich wollte mich nur in meinem letzten Spiel hier zu Hause bedanken für alles. Applaus 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 Ich werde euch nie vergessen. Ich bleibe in meinen Herzen und danke für alles nochmal. Applaus 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 8 Applaus Vielen Dank. Vielen Dank.